Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode unseres Kingdom Hearts Final Mix Let's Plays. Ich bin Rektalin und ihr schaut wie Play Games for You. Sind hier Ark in Bedrängnis und müssen uns jetzt hier Ark umschauen. Also Ark was los sozusagen. Wie Slogan in den Comments geschrieben hat. Logisch, ich kann die noch nicht besiegen, die Schatten. Wir haben ja nur das Holzschwert. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht in dem Moment. Hören Sie mal auf, lassen Sie mich mal in Ruhe. Dahinten ist die Tür und da würde ich gerne hingehen. Weil das Problem ist, wenn die hier sind, die machen uns ja locker, flockig mal kaputt. Was ist das für eine Tür? Ich muss zuerst Rikot finden. Ach nee, scheiß drauf. Wenn er weg ist, ist er weg, hat er Pech gehabt. Was ist aus dem guten alten, lass mich zurück, rette dich selbst geworden? Ist hier die Frage. Okay, hier ist niemand. Er hätte uns bestimmt auch zurückgelassen. So. Weil ich ein bisschen seltsam werde. Das ist ganz normal. Ich leide an DHL-Paket-Paranoia. Und warte jeden Moment darauf, dass eins kommt. Oh, da haben wir Riko gefunden. Wie geil ist das denn? Mach die Augen auf, Mann. Ich dachte, sie war mit dir. Die Tür ist örtet. Und? Die Tür ist örtet, Sora. Jetzt können wir uns in die Außenwelt gehen. Was sagst du denn? Wir müssen Kairi finden. Kairi kommt mit uns. Ist er verrückt? Alter, der hat ihre Augen. Ach du Scheiße, was geht denn bei dir ab, Mann? Du hast da Gülle am Fuß. Oh nein, er wird zu Venom. Wie auch? Was ist hier los? Nimm seine Hand, nimm seine Hand, Mann. Oh Gott, was geht denn da ab? Macht mich nicht schwach, Leute. Oh, wir haben beschwert. Das Schlüsselschwert. Sehr nice. Damit kommen wir wahrscheinlich Schlüsselschwert-Tür. Das muss doch funktionieren. Pass auf, Leute. Kämpfen noch nicht gegen... Oder eigentlich wäre es ja mal cool auszuprobieren, ob es jetzt geht. Jetzt geht es auch. Vielleicht kriegen wir da schon EP für. Mach sie platt, Mann. Kommt, Sora. Für den Namen, für den Jungen ja eigentlich ein bisschen komisch, muss ich sagen. Sollen wir jetzt bekommen ein Item, oder was? Ey. So, na. Hast du offenbar auf die Busch zu hauen? Was soll denn das? Yee. Nenn mich Button-Mesher. Blöd ist, dass man die immer wieder neu auswählen muss. Dass er nicht automatisch quasi zum nächsten Gegner springt. Also ich finde es blöd. Dann machen wir es mal so. Tatsache, also Tor ging auf. Kamera können wir nicht drehen. Und jetzt kommt wieder eine Sequenz, okay? Was ist los? Oh nein! Nimm sie! Hä? Was ist denn jetzt los? Und warum ist die Tür aufgegangen? Und was ist mit ihr? Wo sind wir? Diese Blase tut alles auseinanderreißen, oder was? Der schon wieder. Das kann es ja wohl nicht sein. Liefmal machst du dich Blatt, du Schwein. Kannst nicht unsere Freunde hier angreifen, Kollege. Und denken, dass wir damit einfach so durchkommen. Genau, komm, zeig sie! Ist er wieder aufgestandene Arsch? Komm, damagen. Vielleicht soll ich mal aufpassen. Oh, 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 oh. Ich würd gern die anderen mal angreifen hier, genau. In der Hoffnung, dass wir da... Sie kommen halt durch diese Schattenmechanik, ist ja schon krass, ne? Wo sie dann einfach mal am Boden kleben und man sie gar nicht angreifen kann, so richtig. Komm, wieder hier ab auf die Hand. Wieder gedamaged. Wegen seinem blöden Klotzkopf, ey. Ach du Scheiße, was ist denn da jetzt, Mann? Was? Stufenanstieg? Mitten im Fight? Wieso und das? Was passiert da zur Hölle? Okay, jetzt geht er da hoch in die Blase. Und was ist mit uns? Wir folgen oder was? Also bitte eine Tür aufmachen, stelle ich mir anders vor. Nach oben fallen, ist mal eine ganz andere Erfahrung, wette ich mit euch. Na? Oh, Goofy. Yeah. Normale Klamotten an, wie geil. Oh, guck mal, eine Star ist raus. Hä? Wieso? Oh, vielleicht weil die Welt ausgelöscht worden ist. Jeder Stern ist eine Welt, wahrscheinlich. Bisschen wie Odyssey 2001. Traverse Town. Die Stadt Traverse, okay. Aber echt? Hey, you know, maybe we ought to go find Leon. Oh, Donald, you know, I betcha that, uh... Ah, what do you know, you mean Pluto? What do I know? Come on, Pluto! Pluto? Was ist denn da? Pluto hat Sora gefunden? Wo ist das Schwert? Ihhh! Alter, was für ein Agrohund! Aber echt? Oh, boah. Wissen Sie, wo wir sind? Oh, wir müssen wohl Pluto hinterher. Das muss ja auch... Also, wir haben das Schwert noch, okay. Muss ja auch krass sein. Erst wird die Welt zerstört und dann taucht man auf einmal irgendwo anders auf. Ist das alles seltsam hier. Da unten ist ein... Mokri? Ich bin in einer anderen Welt. Ich muss mal mit dem Mokri reden. Ei, sehr gut. Schatten haben unsere Welt zerstört. Ich kann nirgendwo mehr hingehen, Cupeau. Armer Kerl. Dö, 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 die sind ja hier rumgegangen. Deswegen laufen wir auch mal hier rum. Können wir hier die Sachen kaputt machen? Ne. Arzt, da ist halt schon nice. Das Tor drüben führt nach Traverse Nord. Dahinter liegt Traverse Ost. Ah ja, okay. Gehen wir mal da lang. Hier muss es noch mehr zu sehen geben. Was jetzt? Also, so können wir hier noch nicht weg. Was mit dir, Mokri? Unser Item Atelier, Cupeau. Hier erforschen wir Items und versuchen die ultimative Waffe zu schmieden, Cupeau. Okay. Da kommen wir nicht rein. Dann gehen wir doch mal da rein. Accessoire laden. Sip. Hereinspaziert. Wie kann ich behilflich? Ach, bloß ein Kind. Ich bin kein Kind. Und ich heiße Sora. Okay, okay. Beruhige dich, Kleiner. Warum so ein langes Gesicht, Sora? Hast du dich verlaufen? Nein, naja, vielleicht doch. Wo sind wir hier? Hä? In der Stadt Traverse? Sag mal, Opa, ist dies wirklich eine andere Welt? Nämlich nicht Opa. Ich heiße Sip. Wie auch immer. Ich weiß nicht, wovon du sprichst, aber auf deiner Insel sind wir bestimmt nicht. Hm, ich sollte lieber Riku und Kairi suchen. Also viel Glück, was immer du vorhast. Und wenn du in Schwierigkeiten steckst, komm zu mir. Vielleicht kann ich dir ja weiterhelfen. So, das ist doch schon mal ein nettes Angebot. Oh, hallo, Kiste. Nettes Angebot. Können wir die aufmachen? Tatsache, können wir aufmachen. Nice. Mitril-Erze halten. Wofür soll das gut sein? Hä? Ein Kamin. Ah, super. Diese Auffassungsgabe. Wahnsinn. Gehen wir nochmal kurz raus. Labeln wir doch nochmal mit dem einen oder anderen. Hier zum Beispiel mit dem da unten. Ich finde den Arzt da ja ganz nice. Hinter der Tür ist eine Abkürzung zu Traverse Ost. Aber wir haben den Schlüssel nicht. Ja, super Abkürzung. So, und du, was mit dir ansprechen? Wo meine Mutter und mein Vater jetzt wohl sind? Die scheinen hier alle zu streiten, nachdem die Welten kaputt gehen. Oh, guck mal, eine Freischaffende. Die Kerzen da drüben wurden von Mokris angefertigt. Wenn du eine ausboostest, flaggert die Flamme sofort wieder auf. Wahrscheinlich kann man sie nur mit Zauberei löschen. Das ist natürlich sehr gut für den Brandschutz. Würde ich sagen, hier. Hier, komm, können wir auch von unten aufmachen. Lässt sich nicht öffnen. Sehr suspekt. Mal gucken von oben. Trotzdem geht's nicht. Okay. Dann halt nett, würde ich sagen. Gibt's hier irgendwas cooles? Ne, gibt's nicht. Nö, dann würde ich auch sagen, bevor wir jetzt die Stadt weiter erkunden, dann gehen wir lieber mal rein, speichern ab und machen auch einen Cut an der Stelle. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen und sage, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.